begebe dich an einen ruhigen wohltuenden ort du kannst dich wieder in den schneidersitz setzen die hände mit den handflächen nach oben auf den knien ablegen oder aber du legst dich auf deinen rücken arme und beine lang gestreckt die arme mit den handflächen nach oben neben deinen körper achte darauf dass du in den nächsten zehn minuten nicht gestört wird deine position eingenommen hat mal dreimal tief ein und aus nun stell dir vor die ausgehend von deinem wurzel chakra lange energievolle wurzeln in den boden wachsen und du dadurch eine verbindung zur erde aufbaust diese wurzeln die in der kraft und halt diese kraft die fließt nun in deinen ganzen körper hinein ist tief verbunden mit mutter erde ist verwurzelt mit der erde atme tief in deinem bauch hinein und wenn du möchtest kannst du jetzt auch deine hände auf deinem bauch legen spüre dabei wie sich der bereich deines wurzel chakras anfühlt lass alle empfindungen zu und versuche alle spannungen loszulassen an denen du eventuell festhältst lass deinen atem fließen so Werde dir bewusst, dass das ganze Universum aus Energie und Licht besteht. Und wenn du einatmest, atmest du weißes, reines Licht. Und du schickst dieses weiße Licht durch deinen Körper in jede Zelle hinein. Bis in dein Wurzelschakra. Und dort wird das Licht tiefrot. Und dein Wurzelschakra beginnt von innen zu strahlen. Und wenn du nun ausatmest, fließt dieses rote Licht, dieses leuchtend rote Licht, zurück an das Universum. Mit dem neuen Einatmen kommt wieder weißes, reines Licht in deinen Körper, in deine Zellen, in dein Wurzelschakra. Wo es sich verwandelt, leuchtend ruht. Und durch deinen Körper mit dem Ausatmen zurückfließt in das Universum. Und du bist Teil der Energie. Du bist verwurzelt. Du bist geerdet. Spüre die Wärme, die durch deinen Körper strömt. Und atme weiter ein. Nimm weißes, reines Licht in dir auf. Und atme aus. Und sende leuchtend rotes Licht zurück in das Universum. Nimm so noch zwei tiefe Atemzüge. Nimm so noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann legst du deine Hände auf dein Herz ab. Spüre deine Energie. Danke dir, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Und danke dem Universum für den energievollen Austausch. Und wenn du soweit bist, dann bringst du langsam Bewegung in deinen Körper. Bewege deine Finger. Bewege die Zehen. Atme noch einmal tief ein und aus. Und dann öffnest du ganz langsam die Augen. Befindest dich im Raum zurecht. Atme es noch einmal. Tief ein. Und aus. Namaste.